Energiepolitik, Wirtschaftspolitik, wir können die Dinge wieder in Gang bringen. Dazu die Bürokratie endlich runter. Es kommt ja immer neue Bürokratie dazu. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das Wort spricht ja schon Bände. Mehr muss man gar nicht wissen. Und es wird immer schlimmer, es wird immer von Bürokratieabbau gesprochen, aber es wird immer mehr. Sodass immer mehr auch keine Lust mehr haben, in Deutschland innovativ zu sein und hier sich überhaupt in ein Wagnis des Unternehmertums zu begeben. Das machen immer weniger.